Italo Night Nr. 1 Freuen Sie sich aufs Tutti-Completti-Italien-Feeling von A bis Z. Los geht es mit Exaktamente, mit A wie Amore. Und wer macht immer Amore die ganze Zeit? Sie, Cevi Casanova. Ciao, Bella, dove vai? Mamma mia! Salute heißt Prost und süßes Leben. D wie... La Dolce Vita. Und alle Begriffe brauchen natürlich E wie Emotione. Und ganz wichtig bei den Azuris, F wie Forza Italia. G wie Gladiatori sind Schwertschwinger, die Herzen erobern. Und dafür ist ihnen jeder Zirkus Maximus recht. M wie Mafiosi. Sie kriegen immer, was sie wollen. Ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Aber eigentlich hat sie das Sagen. Nicht nur in der Cucina. M wie Nonna. M wie Nonna. Sie kämpfen immer vor das Gute. Es wie Super Marios. Hi, it's me, Mario. Mario, que fai? Dai, baliamo. Also, Chianti auf, Pizza aus dem Ofen und genießen. Viva Italia.